Es war einmal, vor nicht allzu langer Zeit, eine Angebetete. Der Buhr von der Angebetete. Der Nebenbuhler. Ein Heiratsschwindler. Der Teufel. Und ich, der Beutelgrabber. Mit einem riesigen Problem. Seitdem du da bist, stirbt keiner mehr. Wenn das so weitergeht, dann bricht da alles zusammen. Die ganze Schöpfung. Auf die feile Ausrede bin ich jetzt aber gespannt. Du hast uns den Schmarrn eingebracht, also läufst du da selber wieder raus. Sogar, ich musste mich erpressen. Ja. Fies, da hast du dich. Ich lüge immer. Das ist mein Job. Ich lüge sogar, wenn ich die Wahrheit sag. Was möchtest du wissen? Wenn sich da jetzt jemand verliebt hat, wann verliebt sich denn die andere? Der Bundelkramer und die ewige Liebe. Demnächst im Kino. Ja. 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 Ja.